Also, schauen wir mal schnell. Schlitten zampern. Schauen wir mal. Und woher geht es runter? Hexenbahn oder andere? Komplett. Da heißt es auch mittelschwer. Vielleicht fahren wir mit dir und die anderen an. Also dann, viel Spaß. Schauen wir mal wieder. Ok, dann fahren wir doch mal die Hexenbahn. Schauen wir mal. Schauen wir mal wieder. Geiz. Geiz. Oh, ja, ja, ja. Geiz. 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 Das heißt hier Hexenrodelbahn. Ja, ja, ja. Hier mit einem Klappschlitten. Das ist... Pappt. Geiz. Geiz. Wauw! Ah vorsicht autoverkehr kalt sie okay Oh, oh, oh. Oh! Buh! Oh, ja. Der Stein war hart, äh, der Schnee war hart. Ah, ja. Ah, ja, 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 ja, ja. Was to, was? Ja. Was ist da da? Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Jopa! Manchmal ist es ganz gut gelaufen, aber dann wieder nicht so gut. Die sind schon eng gekorven. Oh! 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 Die Kurve war zu eng, aber es ist sau anständig. Oh! 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 Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Und weiter geht's nach der Straße hier. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja.